Hey, möchtest du wissen, warum uns die Lehre beim Kaufmannsverband Schweiz gefällt? Und wie unser Alltag aussieht, bleib dran, wir zeigen es dir. Die Finanzabteilung ist zuständig für die Buchhaltung von verschiedenen Mandanten. Ich heisse Meliat und bin zurzeit in der Abteilung Finanzen. Zu meinen Aufgaben gehören Rechnungen erfassen und Kassen führen. Im Rechnungssystem trage ich Details der Rechnung, wie zum Beispiel Kontonummern und Betrag einträge. Am Kaufmannsverband gefällt mir, dass wir ein kollegiales Arbeitsklima haben und untereinander hilfsbereit sind. Ich bin Martin und bin momentan im zweiten Lehrjahr und arbeite in der Abteilung Human Resources und IT. In Human Resources bearbeiten wir eigentlich die ganze Personaladministration. Das heisst, ich habe beispielsweise bei der Rekrutierung der neuen Lernenden mithelfen. So habe ich dann auch beim Vorschlägegespräch dabei sein dürfen. Und in der IT darf ich für neue Mitarbeitende ihre Laptops vorbereiten. Mir gefällt persönlich am besten, dass wir jede zweite Woche ein Lernatelier haben, wo wir uns für Schulthemen vorbereiten können. Ich heisse Katie und habe ein Lerner im Examen.ch verbracht. Examen.ch organisiert Prüfungen, zum Beispiel Fachleute für Rechnungswesen und Controlling. Das heisst, ich bin von der Anmeldung bis zum Schluss für dabei. Ich prüfe Zulassungen, beantworte telefonische Anfragen und helfe mit zum Vorbereiten und Versenden von Prüfungsresultaten. Mir gefällt am besten, dass wir Lernenden immer unterstützt und gefördert werden. Wie du siehst, ist die Lerbe im Kraftmännischen Verband Schweiz sehr vielfältig und spannend. Vielleicht bist du ja schon bald ein Teil von uns. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.